Heute stelle ich euch das Beschleunigungsverhalten im Audi A3 e-tron vor. Der Audi A3 e-tron ist ein paralleler Hybrid, bestehend aus einem 1,4 Liter Verbrennungsmotor mit 150 PS und einem parallel geschalteten Elektromotor. Zusammen kommt das System auf eine Leistung von 204 PS. Für den Sprint von 0 auf 100 haben wir ca. 7,5 Sekunden benötigt, was ungefähr vergleichbar ist mit einem 2.0 TFSI in einem ähnlichen Fahrzeug.